Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Ja, es ist wieder eine Woche rum voller Inspiration, Aufregung, Erfahrung. Wir haben jetzt diese Woche 52 Trainingskilometer hingelegt, haben unwahrscheinlich viel an Erfahrungen machen dürfen, haben jetzt das erste Mal unsere längste Strecke mit 26 Kilometern absolviert und heute war so ein bisschen gechillt mit knapp zehn Kilometern, wo wir ein bisschen Technik ausprobiert haben, also sprich Rollen, Kugellagern, weil Freitag war recht lustig. Carmen hat sich die Zunge aus dem Leib gelaufen und ich habe, wie soll ich sagen, eine überreizte Hüfte, weil ich die ganze Zeit nur bremsen musste, dass ich sie nicht zusammenfahre. Also wir haben einfach festgestellt, wenn zwei Fahrer ziemlich gleich gut sind, ist es auch entscheidend und wichtig, dass man das gleiche Equipment verwendet, weil sonst haben zwei Seiten ganz wenig Spaß. Wie gesagt, das war heute mal so ein bisschen ausprobieren. Jetzt sind wir technisch gleich gepimpt. Wir haben jetzt neue Rollen ausprobiert oder haben jetzt auch für uns die künftigen Rollen gefunden, mit denen wir fahren werden. Ja, jetzt werden wir nächste Woche gucken, ob wir unser gesetztes Ziel Marathon Distanz knacken können. Also du darfst natürlich da gerne die Daumen drücken, aber nicht nur für nächste Woche, dass wir den Marathon schaffen, sondern du darfst jetzt schon den Daumen drücken, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du den Kanal abonnierst, dann sehen wir uns ganz automatisch am nächsten Sonntag zum nächsten Video wieder aus meinem Sporttagebuch 2018. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute, dein Robert. Ciao. Ciao.